Hey, wie geht's ihm? Er hatte eine Neutropänie, aber sein Blutbild ist wieder stabil. Wenigstens hat sich nichts verschlimmert. Wie geht's dir, Jared? Ich glaube, ganz gut. Ganz gut? Dein Dad hat veranlasst, dass dich Michael Jordan besucht. Ja, ich bin 13. Ich muss auf Basketball stehen, oder? Super toll. Also wirklich, Jared, jetzt hör aber auf. Michael Jordan ist ein totaler Megastuff. Was könnte ein junger Mann wohl schärfer sein? Leute, wir brauchen eine Abenteuerung. Und wir fragen nach einer Sache, auf die junge Männer schärfer sind, als auf Michael Jordan. Okay, Louis, wir versuchen's mit Möpse. Zeigt mir Möpse! Das ist nicht gut! Ich will sie an einer echten Frau sehen. Einer schön. Du bist schön.